Musik Musik Ein herzliches Willkommen beim MSC Walsch. Wir freuen uns, dass ihr so schönes Wetter heute mitgebracht habt und begrüßen euch zu einem nächsten Liga-Motorballspiel. Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gastmannschaft, den MSC Obstadt-Meyer. In der Startaufstellung mit der Nummer 17 Luca Konrad. Mit der Nummer 2 Max Klein. Die Nummer 4 hat Dominik Hassis. Die Nummer 6 hat Marco Weiß. Die Nummer 8 hat Kevin Fröhlich. Nummer 13 Dennis Ring. Sportleiter an diesem Tag ist Uwe Maurer. Trainer Holger Gleie. Co-Trainer René Krämer, Mechaniker Tobias Schweiger und Ralf Klein. Die Mannschaftsaufstellung vom MSC Walsch. Mit der Nummer 17 tritt an Timo Kistner. Die Nummer 22 Markus Kühn. Mit der Nummer 5 Felix Barrier. Mit der Nummer 7 André Nöckel. Die Nummer 13 hat Simon Romano. Die Nummer 21 hat Enrico Kölmel. Die Nummer 29 Alexander Kleinbichler. Sport- und Mannschaftsleiter ist Lukas Schmidt-Kunz. Trainer Bernd Gönfrig. Co-Trainer Udo Nagel. Mechaniker sind heute Leon Wagner und David Stösser. Als Klinikrichter begrüßen wir heute Marcel Weiler, Karl-Heinz Lang und unsere Schiedsrichter Dirk Radius und Kizian Fütterer. Wir wünschen euch ein schönes und verletzungsfreies Spiel und sagen Let's play den Motteball! Dirk Radius und Köln. Dirk Radius und Kuhl. Dirk Radius und Kuhl. Dirk Radius und Köln. Hinten sich, ne? Durchbringel, alles runter! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR